Hallo und herzlich willkommen to Rook. Wir spielen immer noch Drakensang online und wir sind jetzt auf dem Weg nach Kingsville in die große Stadt. Und da wollen wir mal schauen ob wir noch ein paar Aufträge erarschen können. Mit Sicherheit werden wir da welche erarschen. Oder Bob van Rook, was meinst du? Ja, das glaube ich auch. Hey böser Wolf, bleib hier. Da kommt er, er flitzt da. Warum hast du so große Augen? Was er sehen kann. Warum hast du so große Ohren? Ja, haha, so. Du, Bunny, ich will jetzt nach Kingsville. Wo will ich denn du hin? Ach, nach Kingsville. Äh, wir müssen in die kleine Gruft. Äh, wer sagt das? Fest. Das sagt er. Ja, wir müssen ja eh gelangen. Mein, mein, mein. So, wieder über den Spargelacker. Wo ist ein Spargel? Ja, der Spargelacker. Ecke Hort. Dann tun wir die Märchen. Arr. So, da kommen noch welche. Mit Wunsch. Level 10. So, 5 Talentpunkte habe ich. Somit habe ich jetzt auch meinen Feuerball komplett ausgerüstet. Und, äh, Freundeanlagen. Nö. Ich habe keine Freunde, ne? Auch nicht. Außer bei Facebook. Ah, 2 Millionen. Ja, kommt hin. Von hinten kommen sie. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, der Krab schenzt. Hau ab. Hau ab. So, jetzt brennen auch meine Gegner etwas länger, wenn ich die getroffen habe. So, bist du wieder online? Was denn das? Ah, jetzt jeder fischen. Naja. Wir haben ein Connect Problem. Wir haben ein Connect Problem. Ich hoffe nicht. So. Neuer Versuch. Ja, wahrscheinlich sind bei Dragensank jetzt die Server so ausgelastet. Das ist Wochenende. Ein Wochenende, Wochenende. Da waschen sich alle Leute die Hände. Ja, das ist gerade mega scheiße. Nochmal versuchen. Ich versuche das halt nochmal. Ja, weil könntest du ja, Keule, mal... Ja, Moment. Das ist gut. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Ja, steckst du nicht drin, ey? Ne. So, ich mach mal ganz kurz den Testbildschirm an. Ich muss mal was gucken. Verbindung wird aufgebaut. Das ist doch immer das selber. Neuer Versuch. Hm. Sehr, sehr seltsam. Hm. Hier funktioniert alles. Ich werde mal rausgehen und sagen und nochmal neu connecten. Ach, jetzt haben wir das Problem hier, Beda. Ja. Die Uncool mitten im Stream. So, 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 so. Und dann. Vielen. Hm. Verbindung wird aufgebaut. Aber ja. Hat noch nix so heißen. Ich merke schon. Nun wird aufgebaut. Du mach doch mal huschi huschi. So, ich geh mal wieder zurück auf Szene. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Ach, nee. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das nicht so extrem. Nee. Wie lange dir? Ist aber nicht schön. Ach. Guck mal, bei mir kommt es ja nicht mehr. Hm. Ich seh schon. So, ich geh noch mal auf Testbildschirm. Tut mir leid. Jetzt mal ganz kurz ausmachen und mal so ein paar Sekunden. in Ruhe lassen. Hm. Das ist natürlich jetzt mega uncool. Entweder lag das, ja, oder das Spiel, das friert ein, wie bei ETS. Oder wir schmieren hier ab. Ich bin drin. Okay, ich folge. So, Passwort einge... Na komm jetzt. So. Hm. Hatte ich eben auch, ja, muss ich einen Moment warten. So, jetzt einfach warten, oder wie? Wie lange war denn der im Moment? 2 Minuten. Was? Der ruhe liegt die Kraft. Hm. Geduld ist ne Tugend, die ich nicht besitze. Das ist doch echt von Arsch, ey. Aber der Server ist auch extrem ausgelastet. Bei der neuen Striche und sechs Striche sind grün. Und sollen sie die raus schmeißen, die gerade neu reingekommen sind und nicht uns hier? Ist doch nicht wahr. Mitten im Stream, ja, das ist, das ist einfach zum Kotzen. Letztens mal, da braucht mir der Router ab, mitten im Stream. Ich hab schon wieder, das kommt schon wieder hier. Ja, das war bei mir auch. Hast du Probleme, wende dich an den Support? Hm, na klar, machen wir. Kriste ewig und drei Tage, keine Antwort. Ach, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, ich mach jetzt mal einen kurzen Cut hier. Und ich hoffe, dass wir das Spiel nochmal gestartet kriegen. Wenn nicht, ja, weiß ich auch nicht. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. So, ich hoffe bis gleich. Bye.